So, wello Leute, so, wir haben noch ne VIVAX-Motion offen. Heute. Äh, die ist n... Ich hab grad die ist nicht mehr. Das ist hier. 3er Atlus. Eine Stopp-Motion. 35 VIVA kriegt man dafür. 860er-Motion. Sollte wohl kein Spiel sein. 3er Atlus. Vielleicht hat man... Das eine in der Luft ist, da muss man den anderen nur verteidigen. Das ist dann relativ einfach. Oder beide sind natürlich auf dem Boden, dann geht es natürlich auch. Aber ich denk mal, die liegen auch dann nahe beieinander. Was wir sonst eigentlich immer tun. Oder ja, Pech, die liegen ein bisschen auseinander. Die von da hin, da hin, da hin. Aber ich würd die Mission sowieso öffentlich starten. Privat kann man es natürlich auch machen, aber... Auch man kann es ein bisschen... Ja, okay. Ja. 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 Ja.